Herzlich willkommen bei Badesbaumdienst. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, updaten, neu starten. Nein, jetzt auf jeden Fall nicht. Ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wer unseren Kanal länger verfolgt, der kennt diese Ecke noch. Sieht jetzt zwar ein bisschen clean geradeaus, sah damals ein bisschen anders aus, aber das war damals mal unsere Q&A Ecke gewesen. Unsere Frage-Antwort-Ecke, wo wir uns öfter gesehen haben, zu diversen Themen. Warum sitze ich hier wieder? Ziemlich einfach begründet. Wir haben hier vor, aus dem Bereich einen Livestream-Bereich zu machen, um zukünftig von hier dann entsprechend auch mal live mit euch quatschen zu können. Heute machen wir auch, ich sage mal, so ein halbes Frage-Antwort-Video. Wird noch um ein paar andere Themen gehen, aber in letzter Zeit kamen schon ziemlich viele Fragen rein, weil wir im letzten Jahr recht wenig gepostet hatten. Und da haben Menschen, die uns jetzt nicht regelmäßig auch bei anderen sozialen Medien verfolgen, ein paar Sachen nicht mitbekommen. Und damit starten wir mal jetzt. Die Frage, was ist mit Leo? Wo ist Leo? Leo, der hatte uns verlassen. Und zwar relativ spontan, kurz vor Saisonstart. War jetzt aber nicht so überraschend gewesen, weil er immer hat durchgucken lassen, dass es ihn nochmal weiterziehen wird. In dem Fall hat es ihn auch wieder zurück nach Hause gezogen. Er wollte halt gerne hier ein bisschen seine Praxis aufbessern. Wir hätten natürlich gehofft, dass er länger da bleibt. Er hat sich extrem gut entwickelt in der Zeit, wo er da war. Aber es ist wie es ist. Und ja, Reisende soll man nicht festhalten. Ist ja auch so. Und er wird schon seinen eigenen Weg finden. Wir wünschen ihm auf jeden Fall sehr viel Glück. Und ich denke, aus dem wird mal ein Juter Junge werden. Also fachliche Seelen hat er extrem zugelegt. Klettertechnisch hat er extrem zugelegt. Also da ist einig noch zu holen. Ja, welchen Themenbereich wollen wir denn heute näher umfassen? Es gibt Sachen, die dieses Jahr eventuell passieren. Darüber kann ich aber noch gar nicht reden, weil es komplett ungelegte Eier sind. Das wird sich irgendwann so März vielleicht entscheiden, ob das was wird. Wenn, dann wird es ein ganz lustiges Ding, denke ich. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir halten erstmal die F***, solange da noch überhaupt nicht klar ist, was das wird und wie das wird und ob es überhaupt was wird. Ein paar Sachen wären auf jeden Fall was. Und das recht kurzfristig ist ja auch eine der vielgestellten Fragen. Also ganz klar, wann haben wir denn endlich die T542i in den Fingern, um mal zu gucken, was kann das Ding denn nun? Haben wir kurzfristig und zwar als T542 und als 542. Also als Rear- und als Backhandel-Variante. Beide werden wir entsprechend testen. Bin mega gespannt. Einmal hatte ich sie ja schon in den Fingern, das war in Augsburg. War schon sehr beeindruckend gewesen. Ich denke mal, ich werde da mit Olli und Patrick mal zusammen ein Spielerchen machen. Die haben ja die Husqvarna-Geräte, die adäquaten. Und dann werden wir die Dinger mal so ein bisschen testen. Meine letzten Endes bleibt es immer. Das müsst ihr euch merken. Nur weil hier irgendeiner erzählt, der hier eine Kamera hat. Das ist jetzt eine tolle Säge. Muss man immer noch seine eigenen Bedürfnisse sehen. Die eigenen Bedürfnisse sind vor allem in dem Fall die bei Akkutechnik. Welche Geräte habe ich denn schon? Also wenn ich jetzt ein komplettes Stil-Set habe, Stil, Entschuldigung, diese Korrektur, die wäre sonst garantiert jetzt gekommen. Also wenn ich schon komplett mit Stil ausgerüstet bin, Stil, Akkutechnik, dann macht es keinen Sinn, auf Husqvarna zu wechseln. Du bist wirklich so ein Freak und sagst, alles klar. Die Aussage, die er da getätigt hat, die auch garantiert ehrlich sein wird, das wisst ihr bei mir, die überzeugt mich, ich will die trotzdem haben. Dann könnt ihr die natürlich auch trotzdem kaufen. Also zu dem Thema, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden, glaube ich, dieses Battle. Weil diese beiden Sägen ja echt, ja, die sind ja immer so die Flaggschiffe eigentlich jetzt in der Akkutechnologie, gerade in der Baumpflege. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, wie die Sache ausgehen wird und wo die Vor- und Nachteile der jeweiligen Sägen liegen, wenn mal die gegeneinander antreten. Also, das Thema kommt kurzfristig. Ich glaube, die meisten sind da auch schon ganz schön aufgeregt und gespannt, wie die Sache dann ausgeht. Und wo wir gerade jetzt dabei sind, können wir ein Thema nochmal aufgreifen. Das waren Fragen, die sind schon etwas älter. Also ich glaube, das war vor einem halben Jahr. Da war mal so eine Phase, da wurden wir öfter mal wieder auf das Thema Ego angesprochen. Was ist da eigentlich am Ende bei rausgekommen? Also unser Fazit habt ihr ja gesehen und Ego hatte uns auch noch ein paar Mal, nee, nicht ein paar Mal, Ego hatte uns noch einmal danach angeschrieben, nach dem Video, dass sie es nicht schön fanden. Was ich ja verstehe, immerhin war die Minuspunktliste geringfügig länger als die Pluspunktliste. Aber der Fall war ja nun mal so gewesen. Also wir können ja jetzt hier nichts dazu reden oder wegdenken. Ich mache mal das Mikro vielleicht ein bisschen näher ran. Ich weiß ja nicht, wie das so ist. Also ich probiere das jetzt hier mal. Ja. Ego. Damals kam eine Mail, ich habe es irgendwann schon mal erwähnt, so nebenbei, dass sie halt davon nicht begeistert waren und wie ich darauf komme und so weiter und so fort. Naja, wie ich darauf gekommen bin, war ja recht eindeutig. Die hatten uns ja zwei Jahre lang vorher belatschert, dass sie wortlaut Stihl und Husqvarna mit ihrer neuen Akkutechnologie, nee, mit ihrer neuen Akku-Baumpflege-Säge in den Schatten stellen. Wortlaut. Diese Mail kamen so im Abstand von immer einem halben Jahr und dass wir uns doch freuen können, wenn die Test-Säge endlich kommt und wir werden so begeistert sein und so weiter. Die leichteste und stärkste Top-Handle-Baumpflege-Säge der Welt. Was sie vergessen haben, ist wahrscheinlich das Thema Ergonomie, denn es war ja nun mal einfach ein Klotz. Ist es nach wie vor. Es ist einfach ein Klotz. Hat Drehmoment wie Sau. Muss man alles zugeben. War auch die erste mit einer Ölkontroll-Anzeige. Auch eine super Sache. Aber dann war die Plus-Punkt-Liste auch schon alle. Danach kam ein steuerisches Fettet-Kabel, womit du wirklich ständig hängen geblieben bist, weil es ja ist halt nicht wie ein Strop. Also das Ding hängt sich wirklich überall fest, weil es auch echt starr ist, insbesondere im Winter. Dann hast du ein wirklich schweres Teil in den Händen und da ist der Akku noch nicht mal mit bei. Den hast du nämlich zusätzlich noch irgendwo am Arsch. Also wenn du dadurch ergonomisch im Baum bewegen sollst und das Ding als Baumpflegesäge dir präsentiert wird. Ihr wisst, ich bin da ein mega Ergonomie-Fan. Das ist ja mit der Hauptgrund, warum ich auf die Husqvarna-Sägen stehe, weil die sehr viel über Ergonomie nachdenken. Nicht nur Leistungsgewicht, sondern im Speziellen, wie kannst du die Säge gut handhaben. Insbesondere mit Fliehkräften und so weiter und so fort. Das muss ja alles irgendwo mit reinspielen, damit du ein angenehmes Gefühl beim Arbeiten hast. Und das hattest du bei der Ego 0. Also minus 2 eigentlich. Ich habe ja, wie lange haben wir damit gearbeitet? Ein halbes Jahr. Und dann kam ja das nächste Ding. Dann war schon der Kabelbruch da. Also die Überzeugung, die ist da einfach ausgeblieben. Und ich hatte dann auch eine entsprechende Mail zurückgeschrieben, dass es ja meine persönliche Meinung ist. Und ich ihnen leider sagen muss, dass wenn sie diese Säge wirklich, wie sie geschrieben haben, mit Baumpflegern weltweit zusammen entwickelt haben, dann sollten sie über ihre Auswahl der Baumpfleger nachdenken. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon arrogant klingt oder sowas. Aber am Ende, es blieb ja dabei. Ich habe geschrieben, dass ich für diese Säge auf dem deutschen Markt leider keine Relevanz sehe. Ich wünsche es ihnen, aber ich glaube es nicht. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viele Sägen sehen wir denn davon am Markt? Also bis auf die, die sie geschenkt bekommen haben, vielleicht noch 10. Die aber auch nirgends sehe. Aber mehr kann es nicht sein, weil egal mit welchem Händler du sprichst, wenn die nicht gerade zufällig irgendwo mit dazu geschenkt wird, hat die keiner. Und im professionellen Bereich gar nicht. Die hat keiner. Also das ist das Thema Ego. Da kann man jetzt echt nur sagen, das war eine Luftnummer gewesen. Vielleicht könnten sie da nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Aber mit ihrer externen Akku-Geschichte wird es schwierig. Pellenc hat es ja genauso gemacht. Bloß bei der Pellenc, da ist das Kabel nicht ganz so steif. Und bei der Pellenc, da hast du wenigstens eine extrem schmale Maschine. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch an das Video erinnern, wo wir die gängigsten Akkusägen gegeneinander getestet haben, wo wirklich deutschlandweit ein paar Kollegen ankamen und jeder mal so seinen Senf dazugeben konnte. Das war kurz nachdem wir die kleine Echo Akku getestet haben. 2.500 glaube ich, oder 3.500. Hab es jetzt nicht im Kopf. Damals habe ich ja auch zu der Echo gesagt, ja, ist okay für kleine Geschichten. Aber ansonsten wäre sie für mich nicht interessant. Nachdem wir sie aber alle mal nochmal im Vergleich hatten zu den anderen Sägen, da hat die Echo schon wieder ganz anders abgeschnitten. Da musste ich dann wirklich zugeben, da habe ich mich geirrt. Da sollte ich von den zwei Tagen, wo ich die in der Hand hatte, vielleicht mal nochmal, ich sollte das einfach nochmal revidieren und die Gesamtsituation sehen, weil wir haben das Leistungsgewicht ja nochmal nachgeschaut und die Ergonomie. Die Ergonomie, die war mega. Und vom Leistungsgewicht war die leichter als die Pellenc ohne Akku. Die Pellenc hat ja den Akku extra und die Echo hat den Akku mit drin beim Wiegen. Und die war leichter. Also von dem her, und dafür hat die wirklich Pfund. Also für normale Pflege im Sommer, kleine Geschichten, wäre eine gute Handsäge da, sag mal, auch mal verschmäht. Die ist wirklich gut. Da kann man nichts dagegen sagen. Also man muss auch den Bereich sehen, wo die Säge am Ende eingesetzt werden kann. Ich selbst bin aktuell am Überlegen, ob ich mir für den Sommer noch eine Echo hole, auch wenn wir sonst natürlich nichts von dem Akkusystem haben. Aber Preis-Leistungs-Technisch, ich kann ja direkt mal gucken. Sekunde. Schauen wir mal nach. So, da ist sie. Also, die DCS 2500 TC war auch die, die ich getestet habe. Vor zwei Jahren, da haben die übrigens gesagt, dass sie mal einen größeren Akku in der gleichen Größe rausbringen wollen, der nicht deutlich schwerer ist. Heißt also, aktuell hatten die ja da immer einen 100er drin, glaube ich. Der hat natürlich nicht so super lange erhalten. So, was ist denn das? Also die Säge an sich, 439 Euro hier gerade. Das wird ohne Akku sein natürlich. Gucken wir mal. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Ein bisschen mehr Beschreibung wäre nicht so verkehrt. Glaube ich aber nicht. Die bieten die ja nie mit Akku an, oder? Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Die Chatbots. Mir ist nicht mehr zu helfen. Nehmen wir mal hier raus. Nehmen wir mal den nächsten. Eidita-Schalter. Was ist das denn? Sekunde. Kommen wir hier vom 100. ins 1000. Zulassen. Wieso ist denn die jetzt hier wesentlich teurer? Also, die ist jetzt hier bei einem anderen Hersteller, bei einem anderen Laden, bei einem anderen Verkäufer für 734,29. Vielleicht ist das dann... Ist aber schon ein ganz anderer Akku. Ist das eine neue Generation? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, weil mit Echo habe ich mich in den letzten Monaten Tatsache nicht mehr befasst. Also so gar nicht mehr. Gab es da jetzt eine neue Generation? Weil ich habe hier jetzt eine andere Maschine, die heißt genauso. Aber der Akkuschacht sieht anders aus. Der Kettendeckel sieht ein bisschen anders aus. Und die kostet einen Arschvollen mehr Geld. Gut, also Punkt um. Sagen wir mal, mit Ladegerät unten im Akku wirst du irgendwo um die 800 Euro liegen. Denke ich mal. Da kommst du mit hin. Und wenn du denkst, was dir das im Sommer an Kraft spart, dass du nicht eine größere mit hochnehmen musst. Und mal der eine oder andere größere Schnitt ist mit der ja durchaus auch möglich. Also von daher kein Thema. Da denke ich halt gerade aktuell drüber nach. Und wenn die denn da sein sollte, dann kriegt ihr es natürlich auch als erstes mit, wie es mit der denn im Baum zur Sache geht. Oder vielleicht auch nicht. Ja, soviel erstmal zu dem Thema. Akkukettensägen in diesem Jahr. Ich denke, das Spannendste wird Tatsache werden gegen die Stihl MSA 220 TC. Dass wir da mit der 542 denn mal schauen, was da alles so geht. Und gerade mit der Fliehkraftkupplung. Das ist ja die erste Akkusäge mit einer Fliehkraftkupplung. Das hat mich in Augsburg schon sehr begeistert. Hat man gleich gemerkt. Weil du auch von der Haptik her ganz anders arbeitest. Du hast ja immer so ein bisschen so eine Fehlinformation im Kopf, will ich es mal nennen. Wenn bei der Akkusäge sag ich mal der Überlastungsschalter angeht oder die halt klemmt, dann ist halt aus. Dann ist fertig. Dann sagst du dir schwache Säge, Sch***säge, Benziner ist besser. Bei der Benziner hast du halt noch dann irgendwo klingt da noch was nach Kraft. Und das ist jetzt bei der Fliehkraftkupplung natürlich anders. Weil nur die Kette aufhört zu drehen und der Motor der arbeitet weiter. Bin mal gespannt, ob das sich anders anfühlt. Ob der Vorteil nachher natürlich, weil die Drehzahl am Kettenrad irgendwo ja bleibt. Also die Kraft zumindest sofort da bleibt. Wobei bei Akku jetzt auch nicht so das Thema ist. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich das macht. Es wird bestimmt sehr interessant werden. Kommen wir mal zum nächsten Thema, was vielleicht nächste Woche ganz interessant wird. Wir haben heute noch bis eben den SDW unterstützt, den SDW Oberhafel. Die sitzen nämlich die sitzen nämlich hier auch bei uns und zwar am ehemaligen Grenzturm ganz genau. Also mein Städtchen, wo ich hier lebe, Honeuendorf, da ist ja genau die Grenze durchgegangen. Und der Grenzturm, der wurde für den Erhalt des Deutschen Waldes sozusagen umgebaut. Für eine Schutzgemeinschaft, die da ihren Stützpunkt hat. Ganz interessante Sache. Viele Kinder und Jugendliche engagieren sich da auch. Und da haben heute unsere Rugby-Union und viele andere Bürger eine große Aktion gestartet, ein Fuhl, Rotfuhl nennt er sich, wieder freizumachen. So eine Aktion machen die öfter. Da sind die halt mit dem TH8 hin und haben das alles durchgehackt. Das ist auch vor Ort bleibt die organische Masse. Bloß, dass der Fuhl wieder frei ist. Der ist halt ausgetrocknet. Schon seit vielen Jahren. Das ist nicht mehr viel da. Vielleicht kommt es irgendwann mal zurück. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ganze Spektakel machen wir nächste Woche aber nochmal. Ich habe heute ein bisschen was gefilmt. Konnte es jetzt aber nicht mit veröffentlichen, weil ich dem Lack die Genehmigung nicht eingeholt habe. Ich habe also nicht mehr gefragt die Menschen vor Ort, ob das okay ist und ob wir das veröffentlichen dürfen. Von daher lassen wir es. Und dann kommt es, wenn es denn okay ist, beim nächsten Video mit rein. Und dann kommen gleich noch die Sachen, die nächste Woche passieren. Da ist dann nämlich der THW mit bei. Und die Jungs, die haben gesagt, das wäre cool, wenn wir parallel mit da sind. Und der THW, das wäre wohl eine gute Aktion. Denke ich persönlich auch. Und dann starten wir da nochmal durch und hacken da alles ordnungsgemäß durch. Da ist der Raupenhacker natürlich prädestiniert für. Die hatten da sonst mit einem normalen auf Achse gearbeitet. Den haben sie da so weit heran gedrückt wie möglich. Und die Leute haben da wirklich sechs, siebenhundert Meter aus den Wäldern rausgeschleppte Material. Das konnten sie sich heute natürlich sparen, was auch enorm zeitersparend war. Ich habe es nicht gezählt, aber ich denke, es waren entspannt 50 Helfer da, die da heute losgelegt haben. Jeder, der einen Segenschein hatte, der hat losgelegt. Wir nicht. Wir waren nur am Hacker. Wir haben den bestückt. Weil das mussten mal klarstellen, dass nur wir den Hacker bestücken. Wir kennen die Leute da nicht. Wir wissen nicht, wer das ist. Wir können da nicht jedem Einzelnen zeigen, wo die Sicherheitsfunktionen sind und so weiter und so fort. Das fällt aus. Das ist auch viel zu gefährlich. So viel tote Zeug und sonst das fliegt von links nach rechts und die haben ja auch nicht alle ein Visier vor der Nase. Also bestücken tun nur wir. Reicht ja auch aus. Wenn zweimal das Ding bestücken, dann passiert ja reichlich was. Ja, das war der Tag heute. Nächste Woche haben wir gleich einen Notfall drin. Der Montag startet damit. Da hat eine Pappel überlegt, sich in eine Kiefer zu legen. Die war wohl ein bisschen müde geworden. Da unterstützt nur einen Kollegen, der nur noch alleine arbeitet beziehungsweise mit einem Helfer und er sagt halt, es ist ihm einfach zu heiß, dass die Nummer da schief gehen könnte. Weil die muss natürlich doppelt abgesichert werden. Musste auch wieder mit Winsch und Poller arbeiten. Auf jeden Fall. Anders funktioniert es nicht und das wird mit zwei Personen natürlich schon ziemlich schwierig. Insbesondere, wenn einer davon oben im Baum hängt. Ich will euch heute auch gar nicht so lange zulabern, denn das ist jetzt quasi ein Testballon, ob so ein Format, wo wir mal über die Themen nebenbei sprechen, auch interessiert. Denn da sind natürlich eure Fragen denn auch wichtig. Eure Fragen, die reinkommen, da könnt ihr die jetzt gerne auch schon hier in die Kommentare stellen. Schön liken, ist ja klar, für den Algorithmus immer das Gleiche. Falls ihr noch nicht habt, abonnieren, Glocke aktivieren, ganz klar. Und dann wollen wir mal schauen. Der Plan noch in diesem Jahr, näher will ich es mal überhaupt nicht beziffern, ist halt hier dann auch Livestreams zu machen. Aber da muss technisch noch einiges laufen. Die gesamte Technik muss hier komplett umgestrickt werden, damit das geht. Aber dann könnte man natürlich auch so eine Sachen mal komplett live machen. Dann könnt ihr die Fragen live stellen. Das wäre natürlich noch geiler. Und dann können wir uns hier noch ein bisschen miteinander unterhalten. Dann würde Kenny noch mit zuholen oder auch mal den Dad mit zuholen. Manne kann auch mal mit bei sein oder auch alle. Dann setzen wir uns hier schön zusammen, machen uns mal einen schönen Nachmittag oder so was oder Abend und quasseln mal eine Runde über ein paar Themen. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr da Bock drauf habt, Daumen nach oben, ganz wichtig. So lange würde ich es wieder so veranstalten hier in unserer hübschen Kombinate. Die wird dann natürlich jetzt wieder ein bisschen hergerichtet. Damit wird wir es wieder schön haben. Und immer wenn dann genug Fragen von euch zusammengekommen sind, dann geben wir hier Gas. Auch Tipps und Empfehlungen zum Beispiel sind für uns sehr wichtig. Haut mal raus, mit welchen Dingen ihr insbesondere gute Erfahrungen gemacht habt. Das ist ja für uns auch interessant. Ihr habt es ja gesehen, jetzt schon beim Suchen hier nach der Echo. Wir hängen ja auch nicht überall mit drin. Also wir sind ja auch recht beschäftigt, kriegen zwar ziemlich viele Informationen immer relativ früh, aber natürlich nicht alle. Insbesondere vielleicht von Unternehmen, die noch gar nicht so bekannt sind. Also wenn euch da mal irgendwas auffällt oder ihr noch Fragen zu irgendwas habt, dann haut's raus. So, zum Schluss nochmal was, was eigentlich keine schöne Sache ist, aber ich habe es euch ja zu dem Akkusägen-Thema schon gesagt. Wenn da was schlecht ist, dann sagen wir es genauso. Übrigens auch bei Husqvarna wie Kettendeckel-Geschichte, was übrigens mit das Interessanteste wird bei der neuen Säge. Soll ja wohl verbessert worden sein, dass der nicht mehr ständig verstopft. Aber genauso auch bei anderen Sachen. Man muss natürlich wirklich ehrlich sein, was ist gut und was fällt einem auf. Und hier, ja da hat es nicht lange gebraucht, bis uns was auffällt. Es geht um die Zambalan GTX. Leider mit Ansage gerissen. Also das Halteband vorne, was wirklich eine mega geile Idee ist, wo du dein Aufstiegssystem, die Aufstiegsklemme dann reinschnallen sollst. Das hat es erlegt. Bis 120 Kilo eigentlich zugelassen. Habe es jetzt mit anderen Kollegen schon mal abgesprochen, die die Schuhe auch hatten. Und da ist das irgendwann auch passiert. Also es lag wohl nicht daran, dass ich reintrete wie ein Irrer. Und das ist natürlich vom Verhältnis her, wie lange der Schuh jetzt erhalten hat. Also das waren ja nicht viele Aufstiege gewesen. Wenn man das jetzt vergleicht mit meinen A-Pro, ist das ja ein Witz. Also die habe ich zwei, drei Jahre entspannt und schmeiße sie irgendwann weg, weil sie einfach durchgelatscht sind. Von daher schade, weil ein mega bequemer Schuh, auch oben mit diesem Neopren, finde ich eine super tolle Idee, dass die da die Späne nicht reinjagen. Und grundsätzlich die Idee mit dieser großen Schlaufe, dass du halt dann immer fummeln musst, dass du deinen Karabiner da rein kriegst, ist schon toll. Aber halten muss es halt. Also da muss auf jeden Fall nachgelegt werden und deswegen jetzt auch nochmal der Hinweis, weil ja immer alle schon so schnell fragen. Ist der gut oder ist der schlicht? Bitte gewöhnt es euch an, wartet es ab. Denn nach einer Woche, deswegen sage ich es auch jedes Mal aufs Neue und ich werde es auch in Zukunft weiter wiederholen, kann man noch nichts sagen. Da kann ich immer nur sagen, bis dahin sehr zufriedenstellen. Aber es handelt sich ja um Sachen, die echt Geld kosten. Es sind teure Sachen und wenn jemand sagt, das kauft er sich jetzt und dann geht es nach einem Vierteljahr kaputt, dann ist es halt von daher, klar, ich gebe euch da regelmäßig ein Feedback und wenn es bis dahin okay ist, dann ist es auch okay. Aber seid euch dem bewusst, das sind dann immer keine Langzeiterfahrungen. Langzeiterfahrungen haben wir jetzt und die ist nach einem Vierteljahr aber kaputt. So viel mal dazu. Langzeiterfahrungen können wir euch zu vielen anderen Sachen sagen, aber das sind ja in der Regel auch die Sachen, die ihr ständig in unseren Videos seht. Wenn ihr Sachen seit teilweise Jahren in unseren Videos seht, die da immer funktionieren und immer laufen, dann sind die da, weil die zuverlässig sind. Ganz einfach. Wenn nicht, dann wird wahrscheinlich irgendwas scheiße sein, weil wir es dann austauschen müssen, weil es nicht so läuft, wie es zumindest nach unserem Verständnis, wie es laufen sollte, gehen muss. Das ist dann aber halt so ein schwieriger Grad, weil da hat ja auch jeder so ein bisschen andere Vorstellungen, wie das alles laufen muss und funktionieren muss. Insbesondere auch bei Rigging-Systemen. Nehmen wir unser Quick-Rigging-System, was der Jan ja uns so schön jetzt optimiert hat, dass wir es noch Längenverstellbar haben. Hat auch Vor- und Nachteile. Dadurch, dass es nun ja ein Hohltau ist, bleibst du öfter mal auch an irgendeinem Zweigchen oder Todzippelchen irgendwie hängen. Wo war denn, das ist eigentlich noch ein ganz anderes Thema. Könnten wir eigentlich noch mit aufnehmen heute. Ach komm, wenn wir eh schon so am labern sind, hauen wir den Ohr noch aus. Thema Karabiner beim Regen. Viele, viele, viele sagen nicht uns persönlich, aber sagen allgemein, wie kann man mit einem Karabiner Regen? Das macht man nicht. Dazu kennt man meine Einstellung ja mehr als gut. Macht man nicht, ist bei mir schon komplett vorbei, weil wenn ich alles noch nie gemacht hätte, was man nie macht, dann wäre ich nie da gelandet, wo ich bin und hätte nie so viel kennengelernt, wie ich kennengelernt habe. Also, wollen wir mal kurz das Pferd von hinten aufziehen. Die Begründung ist ja immer, du hast eine andere Bruchlast. Natürlich hast du eine andere Bruchlast. Deswegen sage ich auch ganz klar, es sollten Leute machen, die Erfahrung haben, weil sie abschätzen können, ist die Bruchlast noch ausreichend oder nicht. Du hast viele, viele Vorteile beim Regen mit Karabiner, musst aber natürlich auch Ahnung haben. Wann machst du immer noch einen Schlup dazu, immer noch rumgeschlungen, um die Öffnung zu entlasten, kommt eine Querbelastung drauf. Du musst bei dem Karabiner auch immer die Werte der Querbelastung ins Kalkül ziehen, weil es kann unter freiem Fall immer passieren, dass der Karabiner sich irgendwie verdreht. Selbst wenn du den noch so fest machst, das Restrisiko bleibt. Also, nimm den Wert von der Querbelastung des Karabiners, die ja wesentlich ringer ist, als die Längstbelastung. Wenn du das beachtest und immer einen Stahlkarabiner nimmst, immer besser, dann bist du safe. Dann kannst du das auch machen und man sieht es ja an uns, also wir arbeiten ja nur noch mit vielen Firmen zusammen, man kennt ja auch viele Firmen, die es regelmäßig machen. Unfallstatistik Null. Es ist noch kein Karabiner gerissen, es ist auch noch kein Seil an der Stelle des Karabiners gerissen, muss man ja auch mit hinzuziehen, da wo der durch zwei die Bruchlast verringert. Das musst du halt einfach alles mit einrechnen. Aber du bist wirklich um ein x-faches schneller. Du kannst auch mal einfach den Karabiner da hinten irgendwo drüber schmeißen, mit einer Hand wieder fangen, während du hier dich noch irgendwo fest schwingst, klickst den wieder ein mit einer Hand und machst ihn zu. Geht übrigens auch, wenn du nicht zu große Handschuhe hast oder vor allem ohne Handschuhe arbeitest, mit einer Hand mit einem Drei-Wege-Karabiner. Wunderbar! Und du hast gleich noch ein Gewicht hinten dran, wo der Schwung ist. Und das ganze System kann nicht durchfallen, weil ich in der unten extra noch einen Knoten drinnen lassen muss, damit es nicht durch die Rolle irgendwann verschwindet es sei. Also es sind enorm viele Praxisvorteile, die es hat. Muss man einfach auch einsehen. Ist Fakt. Also ich kann die Jungs verstehen, die da Bedenken haben, sind ja insbesondere oft in den Ausbilderreihen Menschen. Die Fakten, die sie sagen, sind ja auch alle richtig. Du hast eine schlechtere Bruchlast. Also spätestens, wenn du denn mal mit richtigen Klumpen anfängst, werdet schon angemessen, da mit Knoten zu arbeiten. Aber solange das nicht der Fall ist und du entsprechend Erfahrung hast, die Sache einzuschätzen, geht die Nummer klar. Ich meine, ich muss jetzt sagen, unser entwickelte Quick Raging System ist darauf aufgebaut, aber es hat sich ja auch nun schon seit bald zehn Jahren oder was komplett bewährt, weil wir uns ja auch Gedanken gemacht haben, wie kommen wir hier ein bisschen schneller vorwärts, weil wir ja nun, wir sind ja nur am Ring. Wir sind ja wirklich nur am Ring und da musst du natürlich dann auch mal auf Ideen kommen, dass du da auch mal ein bisschen vorankommst. Ist halt so. Gut, für heute soll es das aber dann wirklich gewesen sein. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Nicht vergessen, wenn ihr dieses Format so mögt, wenn man auch mal ein bisschen über ringsherum quasselt, dann bitte in die Kommentare schreiben. Und vor allem, welche Themen euch noch interessieren in die Kommentare schreiben. Und vielleicht Sachen, die ich jetzt auch vergessen habe, die wir schon länger nutzen. Mal einfach nachfragen, was ist damit? Funktioniert es noch oder halt auch nicht? War das eine gute Idee oder war das eine schlechte Idee? Ich lasse euch da freie Hand. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Bleibt stabil. Bis dahin. Bis dann. Bis dahin. Untertitelung. BR 2018